Musik Das Schlossparkcenter Schwerin erstrahlt auch in diesem Jahr wieder zur Vorweihnachtszeit in festlichen Glanz. Im Außen- und Innenbereich funkeln Lichterketten und reich geschmückte Weihnachtsbäume sorgen für stimmungsvolles Ambiente beim Einkaufen. Ja, da legen wir besonders viel Wert drauf. Gerade unsere kleinen Kunden staunen immer vor den verschiedenen Bäumen und den verschiedenen Sachen, die wir hier in den Lichthöfen hängen haben. Und dieses Strahlen der Kinderaugen, das macht besonders Spaß und das werden wir auf keinen Fall weglassen. Weihnachtszeit ist die Zeit der Geschenke. Im Schlossparkcenter Schwerin unterstützen fleißige Weihnachtsengel Kunden beim Verpacken ihrer Präsente. Liebevoll werden die Geschenke vom himmlischen Einpack-Service kostenlos geschmückt. Die Weihnachtshelfer stehen täglich von 10 bis 19 Uhr im Erdgeschoss zur Verfügung. Gebeten wird um eine kleine Spende für krebskranke Kinder in der Schweriner Kinderklinik. Naja, es ist wichtig, dass wir gerade jetzt in der Zeit so ein bisschen Stimmung schaffen, ein bisschen Atmosphäre machen. Man freut sich ja gerade nach diesem auch wieder schwierigen Corona-Jahr auf ein bisschen Atmosphäre, auf ein bisschen Glamour. Sie sehen hier die schöne Beleuchtung. Das macht einfach Spaß und das bereitet einen vor auf den Heiligen Abend. Zusätzlich verbreiten Weihnachtsengel im Einkaufszentrum gute Laune und genüssliche Kleinigkeiten. Anstelle einer Weihnachtsbühne, die Corona-bedingt ausfällt, gibt es einen Selfie-Punkt mit beweglichen Tieren und weihnachtlicher Dekoration. Vielen Dank.